Was hast du zum Beispiel für coole Spiele? Irgendein cooles Spiel hast du da nichts? Doch, aber das will ich für mich selber. Aha, was hast du zum Beispiel für coole Spiele? Äh, ich hab... das hab ich leider nur einmal, das müsste ich aber suchen. Welches? Ist das jetzt dein Ernst, das will ich jetzt nicht suchen, das suche ich nachher. Irgendein Minecraft? Was? Minecraft für PS4. Ich bin... Minecraft für PS4. Ich bin... Minecraft für PS4. Strater! Okay. Dieser alter Schick. Ey, wieso schief doch heute? Ja, du hast gesagt, du bist Strater, das ist logisch. Hä? Bist du logisch, oder? Nein, nicht. Der besser schießt einfach auf mich. Der schießt wirklich auf mich. Ja, du hast gesagt, du bist Strater. Na und? Der hat nur noch ganz wenig AP. Deine Mutter ist genauso Strater. Ah, die mit der Waffe kann man nicht schießen. Der ist hinten. Hinten, 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 hinten. Deine Mutter ist hinten. Die mit der Waffe kann man nicht schießen. Ja, du bist das mit der Teamschutz. Sorry, 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 sorry. Wo ist der? Ah, da ist ja noch einer! Warum schießen denn die ganzen Sniper? Oh, ach so, ich dachte ich hatte normale Sniper, ich hatte mehrere Schlüsse jetzt gleich. Der war oben in dem Haus drin, da wo er immer drin ist. Ich habe nicht wirklich abgeschossen, die kleinen Pisser. Was ist, wenn ich sage, ich bin innocent und das will ich die ganze Runde nicht abschießen, ne? Nein, das kommt drauf an. Dann haben wir es trotzdem gemacht. Kommt auf die Situation an, wenn du jemanden tötest, glaube ich dir kein Schwein mehr. Vor allem, Runde beginnt, ich bin Trader. Okay, ich töte jetzt jemanden in dieser Runde. Wer mag gern Trader? Ich töte jetzt jemanden in dieser Runde, als Innocent, der sich in der Innocent, und dann töte der mich. Boah, das ist mir da auch so lange gut am Zugang bei mir. Das sind einfach die Sniper mit dem allergeilsten Geläuch. Was geil ist, das gibt's nicht so viel gekriegt. Leute, wo seid ihr denn? Eiergeil, Sniper. Eiergeil. Ich bin innocent. Sicher? Eiergeil, innocent, mal wieder. Du schießen und die Typen da hinten an, wir essen das. Hab ich dich getroffen? Der Oti. Was, warum? Ich hab ihn angeschlossen. Ich nicht. Ich nicht. Thomas hat dich angeschossen. Thomas hat dich angeschossen. Thomas hat dich angeschossen. Ich zock ein bisschen TTT. Ich steck grad fest. Dann bist du Trader. Oh Leute, wollt ihr mein neuer Hightech-Tastatur sehen? Hier, bitteschön. Ich hab eine neue Hightech-Tastatur. Und nicht das Gervis, Juli. Juli schießt auf mich, Juli. Ich hab ne geile Hightech-Tastatur. Oh ja, zieh dir den neuesten Mode-Shit rein, Juli. Oh ja. Oh ja. Geile Mode-Hightech-Tastatur. Oh ja. Ich tunk dir jetzt erst mal ein Set. Oh ja, geil. Oh. Oh ja. Und jetzt schon die geile Tastatur ein Set tunken. Halt mal die... Warte. Magnetos... Magnetos... Ja. Soll ich dir das Vertrauen? Ja, warte, ich kann dir vielleicht helfen. Achtung, schließt die Scheibe ein. Die Scheibe kann man nicht einschließen. Mach mal links... Links-Rechts mit Magnetos... Wo willst du die Sack denn her? Komm so. Bewege dich... WTF? Drück F, drück F als bewege dich in den Innenraum. Mach ich doch gerne. Und jetzt werde ich dich töten. Warte, dafür darf ich dich einmal in die Fuß schießen. Hey, warum? Warum? Ich werde dich dafür einmal in den Fuß schießen. Lisa. Lisa. Wo ist die? Da. Ich nehme nicht in den Fuß. Ich hab Lisa jetzt einmal angeschossen dafür, dass ich sie gerettet hab. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Lisa. Der auf... auf die steht still. Und hier draußen schießt einer. Wo ist die still? Nein, wo bist du hin? Nein, hier. Du standest hier hinten grad still. Du standest hier hinten grad still. Gotti zuerst schließen. Nee, war ich nicht. Doch. Juli. Nein. Doch. Warte mal, wer ist Detektiv? Detektivs. Sind so wenig Leute für Detektiv. Ich also... Einer für euch dreines Tracker. Ja, ja. Auf die. Doch. Du standest hinten an der... Hinter an der Mülltonne standest du still. Ja, mich hat weh. Ja, mich hat weh. Wir nehmen uns zweimal vorher angeschossen. Nein, das scheiß ich euch ein ganz TTT. Hör euch das an. Aber das mit... das mit hinten an der Mülltonne hat gestimmt, oder? Ja. Aber mich hat jeder zweimal angeschossen. Keine Ahnung warum. Wer? Thomas? Ich hab mich angeschossen, weil ich glaube ich Bock hatte. Ja, Thomas war's. Kann sich bei ihm bedanken. Aber nur einmal hab ich dich angeschossen. Nee, zweimal. Zweimal. Nein, einmal. Ich hab zwei Schöße gehört. Das heißt ca. 50 HP. Ich hab dich mit so einer halben Sniper abgeschossen. Das sind ca. 20 HP. Verhalten nur. Ja. Wie geht denn das? Leute, da kommt man alle raus auf die Straße. Wo sind denn die Melonen, sag Götter? Oh ja, schau mal mal. Da, 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 da. Oh ja, schau mal. Er will die heilige Melone abschießen. Lauf, heilige Melone. Diabio Freide. Peng, 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 peng. Diesmal bin ich wirklich Eno. Das glaubt. Thomas? Ja? Buchstabier mal. Eno sind rückwärts. Kann ich nie leben. Aha, aha, aha. Okay, natürlich mal. Oder? Dürfte nicht. Ja, schieb mich an. Schieß dich nicht an, das ist nur ein Illusion. Wo ist er denn? Oh nee, ich wär fast um die Ecke gewesen. Mann, ich hab nur noch 20 HP. Ja, wie gut hab ich's gesehen, wie du einfach die Liste abgeknallt hast. Mann, es war unfair, sowas ist fies. Ja. Äh, Inno sind rückwärts. Äh, kann ich nicht. T-N-C-N-N-I, oder? Was? Das ist T-N-E-C-O-N-N-I. Ja. Das muss ich auswendig lernen als Traitor. Das sind die Verarsche. Judy ist ein Loob. Der kann nur gewinnen, wenn er Loops Fragen stellt. Ja, dir oder was? Ja. Ja, du bist nur, indem du Fragen stellst, was voll Loobic ist, weil du keinen Verspielspauch hast. Ich würd sagen, ihr hatet nun alle Judy. Schauber-Gelb-P. Ähm, Julian, äh, da kann ich sagen. Was denn? Nein. Ich hab nur noch echt heiß. Weißt du? Ich mach' ne Pizza. Nee, danke. Oh, da sind kleine Peperoni-Stücke drauf, ich geh. Oh, die Pizza ist auf dem Tag. Tut mir leid, ich muss den einmal vor den Pool schießen. Wenn du dich bewegst, bist du selber schuld. Ah, hast du Pizza! Ja! Achtung, ich lauf mal, lauf mal. Ich komm' irgendwie nicht drauf, Leute. Ah, stopp! Ah, jetzt! Wo? Wo? Oh, perfekt! Ja, Judy, wie sollst du mich erschossen? Ach, die Mütter wollte ich schießen. Ich! Ja! Ach, wie war's danach? Das ist ein Scheiß-Kack-Nope! Ich wollt' die Intervention ausprobieren. Ja, das ist geiles Geräusch, gell? Ja. Ach, hinter dir, Judy. Ja, die Mütter muss gern sein. Ich hab' nicht mehr angesehen. Ja, die Mütter muss gern sein. Ja, die Mütter muss gern sein. Ich hab' nicht mehr angesehen. Gar nicht. Judy, machst du dann noch mal Stream-Pause? Kann ich machen nach vier Runden. Und dann suchst du mal die Spiele. Na halt, wenn ich mein Essen bekomm, Stream-Pause machen. Judy, komm' mal mit dir hoch. Wenn ich schnell noch Jojo find. Komm, wir versuchen mal, ob man sich die Reiten hier hochwagen kann auf dem oberen Turm. Ich hab's nicht grad ehweh. Warte, du was willst? Warte, ich zeig's dir gleich. Ich will's denn noch, wie so schatt ist es. Ja, du blockst dich. Hier! Ja, wie kommst du da hoch? Lass uns schiften, oder ich bin Detective. Ob man hier hoch kommt, hilf mir mal. Bitte mal einen Traitor, bis ich mich nicht töte. hoch spring und schiff ja und jetzt hier rüber denkst du noch innen warte ich versuch dich mal ein bisschen spring mal auf mich warte warte ja warte nein ich komme da nicht mal auf mich komm hier hin da rechts hoch spring aus kann ich auf dich die steuerung auch wieder okay juli hat es komm hier hin juli ich hab gesagt lol ja aber so in dem ort zu können, was schießt denn der wie sagst du, ah warte mal, wie sagst du glaub ich ey juli, irgendwer juli wer steht da bei euch der ort, juli lebst du noch? juli komm mal zu mir wo bist du? ich hab Angst vor janis ich bin damit juli wird exportiert, den tötet, den twitter der ort, äh der ort lol wer hat auf mich geschossen? de 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 2 nein de 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 wer hat eigentlich auf mich geschossen? moment wie i am wie siehst du? aber du brauchst keinen twitter wie immer ach ich glaube du bist krud das moment FLIEGT ach, schade hm, traiter schock ja, die alle fließen oh, die Uhr ist cool oh, das ist die geilste Waffe, die sind im Game die, ich will sie soo wie viel sind wir denn eigentlich? 5 ich hab die geilste Waffe im spiel und ich bin größer, böser, trai, hater haha äh, der otti, bleib mal kurz stehen heute, ich bin der traiter ich bin der pizzer ne, warte mal, warte mal stell dich mal da genauso drauf, ok? ja, genau na judy, was bist du denn? judy, was bist du denn? ich bin unnusen was ist ein weasel- äh, weasel- äh, weaselizer? damit kannst du rime, analisa crowe äh, damit kannst du sie, äh, nachstellen, wie es, wie, wer das spiel geschoben ist ich hab grad zum verlangen, einfach judy zu filmen geh, ne, mein Schatze, wo bist du denn? hallo 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 ich hab dir eischen ich hab dir eischen ich hab meine One-Shot-Waffe an dich verschossen ja nicht? du bleibst nicht stehen, du darfst mir jetzt nicht anschließen du bleibst nicht stehen, du darfst mir jetzt nicht anschließen nicht? nicht anschließen, warte haue warte danke, na, ey judy ja, okay ey, du hast mich geschossen schade oh, du bist ein scheiß Hornsohn diese Waffe Mist oh, ich hab irgendwie guck du verliebt, glaubst mir nicht was? ja, nicht wahr war eigentlich Traitor noch mit dir ja, ich, ich hab dir irgendwie das verlangen war nur ein Traitor jul, ich wusste irgendwie, dass du nicht bist, aber ich hatte trotzdem das verlangen und das, ich konnte einfach nicht anders okay, warte, warte, wenn Jojo jetzt reinkommt, sind wir zwei ja ich bin drin, ich bin drin stirb, Juli ja, Jojo, Jojo, du kommst jetzt für zwei Runden nein oh, hol oh, hol hm ah, ich hasse die ah, nee, das ist tot ah, der Server lag das ist tot also, willkommen bei Willkommen bei meinem neuen Pizza-Restaurant wer möchte heute eine Pizza heute fünf äh, 15% auf jede Pizza außer auf Tierpizza legst bei euch auf, auf Null, oder? ich bin Detektiv wenn ich sterbe, ist Spielerchip gewesen wenn ich sterbe, ist Spielerchip gewesen wenn ich sterbe, ist Spielerchip gewesen du kommst mal eine Pizza aufs Haus Null, wer ist da, Jojo? oh Gott ey, geh was, wo bin ich? ich hab Giga-Tripped geschehen ich hab... hab mich schon... ja, nee aber warte, hier ich kann mir was bestellen wir bleiben mal ganz kurz stehen, okay? ja wir müssen was bestellen Prover warte, was kann ich für Sie tun? äh, ich möchte eine Pizza, bitte mach ich nicht ey, hör mal auf, was Sie sagen ich kriege gerade eine Besendung mal aufnehmen du kriegst gar nicht eine Pizza, bitte Alter äh, Pizza ist aus wir machen das äh, hör auf ich will jeden Eimer schlagen jeden Eimer nein jeder genau, leicht viel Leben also du bist Trader, gell? eine Pizza du fährst dich nicht wirst du mich verarschen? wirst du mich verarschen? wirst du schon gar nicht mehr Scheiße dann komm ich wieder raus wirst du doch hier hier einer lebst noch ah ich hab ein bisschen was erspielt hier ich hab ein bisschen was erspielt warte nimmer warte warte kauf dir mal was geflogen die technik ja vor allem oh, Lisa Flora ah, mir ist so nah herangesunken so nah herangesunken neuf ih ihr wird mich so schlecht alter hä, wo war Lisa jetzt? Die war einfach hinter dem Auto! Haste es nicht gesehen? HÄN! Die... Die war doch... Die war doch doch grad hierin live im Haus! WHAT?!? whAa точно! Nachtisch Ungewandt Aber hier drinnen, Ir3... Wie kann man so scheiße sein? Und du so Julische ist bestimmt jail � cектор ehhhh.. Ich... Guck mal, wie kommt die denn raus? Ey, fick dich. Ey, kann man die nicht öffnen? Nein. Nein. Was ist? So, meine Damen, ich will nicht erst mal lecker Döner essen. Janis, ich habe eine Shotgun gehört. Ja, ich habe ja auch Gigatypfer nämlich aufgehauen. Gigatypfer hier. Hä? Du Trigger-Happy, ich wollte doch nur sagen, ich wollte gerade sagen, ich habe gegen eine Wand geschossen. Der liegt da auch wo. Ey. So, ich esse jetzt. Ihr könnt mich abschießen, das ist der Traitor. Ich bin in der Mitte. Junge, 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 wie geht das so in der Mitte da alles? Ja, da ist die Leiche und du kommst von da. Ey, da war keine Leiche. Ne. Komm mal zu mir. Ja? Komm mal zu meiner Sicht. Ja. Du kommst von hier. Und was ist das? Hä? Ich bin doch von der Tür rausgekommen. Hier steht Shotgun. Oh, ich habe den. Leute, der Off-Tier ist Traitor. Wer ihn sieht. Hey, bin ich jetzt alleine? Hallo? Hallo? Nein. Okay. Okay. Wurde mich verarschend. Ja, okay. Du musst... Ah. Hey, Juli. Juli. Habt ihr, dass ihr gekriegt habt, wenn ihr sich getötet habt? Oh, sehr. Entfernung kannst du ihn nicht mit einer Shotgun fällen. Oh Gott. Dann müssen wir den nochmal wieder raufmoven. Ja, ja. Hey, was? Du sollst ihn raufmoven. User was moved to your channel. Guys, ja, Greta will move here. Danke. Ja, kein Problem.